Moin, es musste eigentlich irgendwann soweit kommen und es ist eigentlich auch nichts Schlimmes. Naja, zumindest ist das meine Meinung, viele andere sehen das nämlich komplett anders. Heute geht es um den Battle Pass in Hunt, Showdown und ob dieser der Untergang vor Hunt sein könnte. Mit dem kommenden Event Serpent Moon am 27.07. kommt auch der Battle Pass in Hunt, Showdown und dieser sorgt für eine starke Zwiespaltung der Community. Die einen begrüßen ihn und die anderen, naja, nicht so sehr. Viele schreiben, dass der Battle Pass eine der schlechtesten Entscheidungen sei, die Crytek jemals getroffen hat und dass es ihnen nur noch darum geht Geld zu verdienen und die Spielerschaft wird dabei komplett ignoriert. Aber ist das wirklich so? Also klar, Crytek will bzw. muss Geld verdienen, es ist schließlich ein Unternehmen, ohne Geld läuft er halt einfach gar nichts. Diesbezüglich teilte Crytek bereits in der Vergangenheit ein Video, in dem sie darüber sprachen, warum sie bestimmte Änderungen in der Monetarisierung vornehmen werden und auch wirklich vornehmen müssen. Runtergebrochen kann man sagen, dass es einfach daran liegt, dass die reinen Verkäufe, also die reinen Verkäufe von Hunt, Showdown, einfach nicht ausreichen, um die Server, die Entwicklungs- und auch die Personalkosten zu decken. Es ist ja auch logisch, am Anfang verkauft sich ein Spiel noch sehr, sehr gut, aber über die Jahre hinweg werden die Verkäufe logischerweise immer weniger und sind im Monat dann vielleicht noch ein paar Hunderte oder Tausende. Auch die Verkäufe aus dem Echtgeldshop und der Verkauf von Bloodbound und den dazugehörigen Skins reichen einfach nicht auf, um das Spiel über die nächsten Jahre hinweg zu finanzieren. Jeder, der jetzt da bezüglich noch mehr Details wissen möchte, ich habe das Video bezüglich von Crytek unten in der Beschreibung verlinkt. Das Video ist wirklich, finde ich, sehr, sehr gut und auch sehr transparent erklärt, da können sich viele andere Unternehmen gerne mal eine Scheibe von abschneiden. Somit musste aber logischerweise auch eine Lösung her, um das Problem zu lösen und da ist Crytek auf den Zug des Battle Passes aufgesprungen. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht die kreativste Lösung, aber es könnte eine sein, um eine finanzielle Stütze zu finden. Aber gerade dieser Battle Pass stößt bei vielen wirklich sehr sauer auf und das ist eine Sache, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Denn ein Battle Pass ist nicht das Evolutionärste, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, aber auch nicht das Schlimmste, wenn es richtig umgesetzt wird. Und wie wird der Battle Pass momentan, soweit wir wissen, umgesetzt? Es gibt einmal einen ganz normalen, den jeder hat, dieser kostet nix, einfach in Hand einloggen und ihr habt den. In dem kann man dann auch ein paar wenige legendäre Gegenstände und auch Jäger freischalten, komplett kostenfrei. Daneben gibt es aber natürlich auch einen Gilded Pass, so nennt den dann Hand Showdown, welcher Geld kostet, damit Crytek in der Theorie etwas verdient. Warum nur in der Theorie, dazu kommen wir ganz am Ende nochmal. In dem gibt es dann deutlich mehr Skins und das war es. Also mehr gibt es nicht, ihr könnt mehr Skins erhalten, Ende der Geschichte. Der Premium Battle Pass bietet euch also keinen Vorteil, somit passt die Umsetzung meiner Meinung nach schon mal. Es ist kein Pay-to-Win oder Pay-to-Progress in der Richtung. Natürlich gibt es wie immer Booster, wie bei jedem Event, aber auch das ist denke mal komplett verständlich. Irgendwie muss halt leider Geld reinkommen. Warum wird sich dann aber beschwert? Viele beschweren sich darüber, dass ein Battle Pass Hand kaputt machen würde und man nun gezwungen wird, Hand auf eine Weise zu spielen, die einem nicht gefällt, beziehungsweise gehen manche noch weiter, sie wären jetzt dazu gezwungen, nur noch Hand zu spielen, um den Battle Pass durchzubekommen. Aber wenn man das nicht machen würde, was würdet ihr verlieren, wenn ihr den Battle Pass nicht durchspielt? Richtig, eigentlich nix, ein paar Skins, das war es. Das, was man verlieren würde, sind gegebenenfalls eine Handvoll Skins, die das Spiel aber nicht beeinflussen oder gar einen Vorteil geben. Es sind nur Skins, nicht mehr und nicht weniger, die sehen hübsch aus. Ein Battle Pass sollte nicht dafür sorgen, dass ihr euch selber einen Druck macht, ein Spiel zu spielen, nur weil ihr Sorge habt, etwas zu verpassen und ich finde, genau das schafft der Battle Pass tatsächlich. Kauft euch einen Pass einfach nur, um bewusst die Entwicklung eines Spiels, beziehungsweise der Entwickler zu unterstützen und wenn ihr das nicht wollt, dann lasst es einfach sein, gut ist. Den Druck, den ihr erhaltet, könnt ihr euch höchstens selber auferlegen, weil ob ihr jetzt eine Waffe mit einem Skin spielt oder nicht, das verändert nicht eure Spielweise oder euren Skill. Ihr werdet damit immer noch genauso gut oder schlecht spielen wie vorher. Wichtig, ihr seid nicht darauf angewiesen, Hand in dieser Art und Weise dann sinnvoll zu spielen oder halt auch nicht. Und die, die darüber meckern, dass der Battle Pass in zwei Teile geteilt ist und der Premium etwas kostet, da kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, wo ich jetzt vorhin noch meinte, in der Theorie kann Crytek daran verdienen. Aber es gibt ja zahlreiche Mittel und Wege, in Hand an Blood Bounds zu kommen und damit könnt ihr am Ende auch den Battle Pass kaufen. Und ja, ich denke mal, die meisten werden von euch einige oder sehr viele Blood Pounds auf der hohen Kante haben, um sich entweder den Battle Pass komplett kaufen zu können oder um nur wenige Blood Bounds mit Echtgeld dazuzuholen, um ihn dann am Ende komplett zu haben. Es gibt so viele Möglichkeiten, das normale Spielen und durch die neuen Missionen, die reingekommen sind, immer wieder an Punkte zu kommen, um so sein Konto anzureichern. Und am Ende habt ihr wahrscheinlich wirklich mehr als genug Punkte, um vielleicht am Ende vielleicht 5 Euro für ein Spiel auszugeben, um dann den Premium Pass zu erhalten. Also an der Stelle wird sich wirklich zeigen, ob dieser Battle Pass wirklich eine gute Alternative für Crytek sein wird, um zusätzliche Einnahmen zu generieren. Denn sie gehen wirklich, finde ich, sehr spendabel mit den Punkten halt um, die man halt braucht, um diesen Pass dann am Ende freizuschalten bzw. zu kaufen. Wir werden mal abwarten und da wird Crytek sicherlich in der Zukunft auch nochmal ein Statement zu abgeben, ob der Battle Pass dann finanziell sich gelohnt hat oder eher eine schlechte Idee war. Das kann man jetzt noch nicht vorhersagen, müssen wir ein klein wenig abwarten. Nun kommen wir zu einem weiteren Punkt und zwar sagen viele Leute, Crytek ignoriert die Spieler und es geht nur noch darum, neue Skins rauszubringen und das war es. Es geht nicht mehr um echte neue Inhalte wie Waffen, Karten, Monster, Bosse und so weiter. Aber ist das denn wirklich so? Und ich muss sagen, nein, meiner Meinung nach gar nicht. Denn das ist ein Thema, welches man komplett losgelöst vom Battle Pass sehen muss. Denn das Team, welches hinter Skins und Gameplay-Design-Entscheidung steht, ist ein komplett anderes vermutlich und nicht dasselbe, wie welches hinter den Skins halt einfach steckt und hinter den Battle Pass. Also damit will ich sagen, Leute, die zum Beispiel für Level-Design zuständig sind, für Gameplay-Änderungen und so weiter und für neue Waffen, wird nicht dasselbe Team sein, wie hinter Skins und den Battle Pass zum Beispiel. Es wird separat entwickelt. Nur weil jetzt bald ein Battle Pass reinkommt, heißt das nicht, dass die Entwicklung an einer Stelle pausiert oder gar abgebrochen wurde. Es sind einfach verschiedene Teams, welche parallel an verschiedenen Bereichen arbeiten. Auch in dem Monetarisierungs-Video von Crytek haben sie gesagt, es ist halt deutlich leichter und einfacher, schnell Skins rauszubringen und ähnliche Varianten von kosmetischen Items, als halt neue Spielinhalte zu entwickeln. Und ich denke, das ist auch komplett verständlich. Bei dem einen kann man auf vorhandene Sachen zurückgreifen, muss sie so gesehen in Anführungszeichen nur ein bisschen anpinseln und dann ist es schon gut. Bei dem anderen müssen komplett neue Sachen reinkommen. Und es ist auch nicht so, als würden keine neuen Sachen reinkommen. Wir erhalten bald eine neue Waffe, beziehungsweise zwei neuen Waffen, die Karte wurde vor kurzem großzügig überarbeitet und so weiter. Also es tut sich ja auch wirklich etwas. Also gehen wir mal zu der Eingangsfrage zurück. Ist der Battle Pass fair? Ja, durchaus. Auch wenn es natürlich nicht die eleganteste Art und Weise ist, so etwas zu lösen, so kann ein Battle Pass doch dazu dienen, auch für Langzeitmotivation zu sorgen und auch dafür, dass Spieler immer wieder zurückkommen. Aber es sorgt auch gleichzeitig dafür, dass halt Spieler nicht, finde ich, den Zwang bekommen, einfach so, okay, ich muss jetzt das Spiel spielen, damit ich jetzt nicht irgendetwas verpasse. Denn am Ende, Leute, es sind nur Skins, mehr verliert ihr nicht. Also da immer mal wieder den Ball flach halten. Eine andere Option zum Beispiel wäre, um ein Spiel dauerhaft zu unterstützen, wären halt monatliche Abogebühren. Und ich glaube, das würde deutlich mehr den Leuten auf den Magen schlagen, als ein Battle Pass, der rein optional ist, den man sich kaufen kann oder lassen kann. Bei monatlichen Gebühren wäre es dann so, zum Beispiel im Monat würde jeder 4 Euro bezahlen oder sowas in dem Dreh, um dann halt Hand einfach spielen zu können und um so das Spiel auf lange Sicht halt einfach zu sichern. Und ich glaube, das wäre die deutlich schlechtere Variante und so viel mehr Optionen würde mir persönlich gar nicht einfallen. Denn es gibt schon Ingame-Käufe für Skins oder auch aus dem Steam-Shop direkt. Und auch da haben die Entwickler gesagt, das reicht leider nicht. Das ist nicht genug, um ein Spiel über Dauerheit einfach zu finanzieren. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Und wenn ihr andere Meinungen habt, dann gerne damit in die Kommentare. Ansonsten einfach nur recht vielen Dank fürs Zuschauen und ansonsten sehe ich euch in Bayou. Euer Chef.